Letzte Position, knapp an der Gruppe dran, Herbie Foisi, Spitzname, Herbie Nathor. Herbie Nathor, hast du noch etwas zu sagen, oder ist es schon zu schnell? Dann kommen wir hier zum Jungfuchs, von der Jungfüchse, die Hombole, immer noch ein Lächeln auf der Lippe, aber doch schon ein paar Schweisstropfen auf der Backen. Der Puls hat der Kai, ist schnell, hat der Pulsmesser abgestellt. Kommen wir hier, zu unserem Schwergewicht, vorne ist ein Houser, sieht noch locker aus, die Hände immer noch Oberlenker, ist noch nicht Vollgas. Der Puls hat er auch. Nebendran, der Lori Müller. Schaut mal den Dritt an. Wie der Lenz zu seinen besten Zeiten. Würde mich ja interessieren, was der heute eingeworfen hat. Dann hier vorne, links, das eine und das andere. Keine Miene zu ziehen. Pokerface. Das Rennen läuft erst später. Einen dran. Einen Hans. Einen Hans. Alles klar? Alles klar. Geht's noch? Schön. Du sagst dem Lupo einen Grüß, gell? Wir sehen den Leuten zum Mittag. Genau da unten. Ah ja, das ist klar, der hat natürlich immer Hunger. Und jetzt noch der Beweis, dass wir nicht so schnell fahren. Es geht noch. Ich weiß, dass wir nicht so schnell fahren. Wir sehen uns nicht. Ich weiß, wie wir nicht so schnellыл. Vielen Dank.